hi hi da bin ich wieder ich bin heute im schwarzwald ich wollte mir eins dieser wasserfälle ansehen und ich zeige euch mal einen kleinen einblick ich bin fit und fertig es war so anstrengend aber wir sind jetzt da mitten hier im wald ich zeige es euch gleich ist einfach mal eine kuh und hier das ist eins dieser wasserfälle die es gibt es gibt ja hier mehrere überall in der gegend und ja da oben wäre eigentlich eine straße aber dies gesperrt wegen sprengung oder sowas lebensgefahr und deswegen bin ich den ganzen weg außen rum es ist aber echt wunderschön da ist sogar eine brücke das ist schon mega cool da will ich auch mal runter ich habe natürlich auch meine figuren dabei und wird gleich mal schauen was ich da machen kann es ist echt traumhaft traumhaft in der natur ich weiß nicht ob der wasserfall das wasserplätschern zu laut ist ich habe mein mikro nicht dabei mal wieder einfach nur traumhaft das wester das wetter passt und einfach nur schön es gibt ja auch ein paar ecken die echt mega cool sind also abgesehen von dieser wunderschönen aussicht ich mache mal schauen ich werde euch mal das ein oder andere einblenden ich sehe ständig was kreuchen und kreuchen es gibt überall wege aber ja ihr seht es schon selber die führen nicht irgendwo hin dann schauen wir mal es ist so schön hier und natürlich habe ich meine äckchen figuren dabei ich liebe diese kombination zwischen action figuren und natur das könnt ihr euch nicht vorstellen ah da ist der wasserfall da ist er der wasserfall wir haben ihn gefunden ist das nicht schön und dann kann man noch hier weiter laufen traumhaft so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018